Ein bisschen schneller. Ihr könnt doch wohl treffen, oder nicht? Aha. Roter Bereich. Aber die können mich auch treffen. Wie unfair ist das denn? Hat... Äh, das ziehe ich auch noch ab. Okay. Wow, das hat mal gesessen. Weiter so. Ich kann jetzt einfach nur abwarten, bis ich... Äh, bis der Turm hier tot ist. Bis er weg ist. Hey. Cool. Und er steht in der Wand. Ist ja auch noch okay. Ja, wieso nicht? Also... Ergang reicht anscheinend nicht. Sondern es muss schon Psychokrieg sein. Und ihr habt... Eure Rationen sind in Ordnung. Aber das ist doch schon alles. Nicht gut, nicht schlecht. Nur in Ordnung. Hä? Sind das die zwei hier? Der Feind zerstört unsere Gebäude! Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wir sind einsatzbereit! Sie zerstören meine Gebäude irgendwo, wo ich nicht sehe. Wahrscheinlich hat sich hier wieder irgendwas durchgeglitscht und zerstört wieder alles. Ja... Da kann man nichts machen, wenn... Ist einfach so. Wenn die Gegner halt meinen, sie könnten halt überall durchglitschen... Ist das so? Können die überhaupt durch... Nicht hier drüber... Ja, können sie... Aber dann müssen sie erst hier durch und da durch und da durch. Dann werden sie jetzt wieder abgeschossen und... Äh... Äh... Okay, das war scheiße gebaut. Eigentlich kriege ich da fünf hin. Aber jetzt nicht. Egal, jetzt habe ich da vier. Ist ja... Wayne! Aber wird langsam Zeit hier, dass du das mal tötest. Kriegt das eigentlich auch Schaden? Es... Ist auf jeden Fall schon mal gut dabei, hier alles zu zerstören. Es gibt Käse... Ach ja, jetzt mache ich hier erst mal... Meine Wirtschaft auf Vordermann bringen, hier. Es geht ja nicht. Ich brauche ja Nahrung. Und Stein brauche ich natürlich auch. Und... Aber Holz brauche ich am meisten. Holz, 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 Holz. Natürlich hier hin pflanzen. Pflanz, Pflanz. Hier gibt es auch noch Holz. Das passt da nicht hin, mein Lord. Jetzt brauche ich noch ein Gehüff. Was ich hier hinbauen kann. Und fertig. Ey, der Turm ist ja schon... Relativ Schrott. Aber ich treffe das nicht mehr. Wieso trefft ihr das nicht mehr? Ach doch, jetzt. Ja, ihr kommt ja gleich noch dran. Ihr lernt recht nicht... Der Feind zerstört unsere Gebäude! Wo denn? Ne, jetzt ehrlich. Wo? Wo? Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Minus zwei Verbrecher, äh... Ja... Dann mach ihn kaputt. Das Volk killt viel von euch, mein Lord. Jauche ist aber... Hier überall vertreten. Meine Güte. Dafür brauche ich ja noch einen. Ich baue einfach noch einen... Neue Jauche-Kufe und dann hat sich das auch erledigt. Wenn ich wüsste, wo ich es hinbaue und dann... Nee, meine Nase juckt. Ich könnte ja auch eine Apotheke hinbauen. Aber... Hm... Das kostet zu viel Geld. Ich brauche noch mehr Gehöfe. Das brauche ich. Hierhin noch. Und hierhin noch. Und hierhin kann ich auch noch einen machen. Ach, die brauchen auch noch Gehöfe. Wieso sagt ihr das denn nicht gleich? Und... Ja, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich kann ungestört bauen. Mein Lord? Ist das nicht herrlich? Ach, ja. Das erfüllt mich doch mit Stolz. Aber endlich. Endlich kann ich mal einfach hier in Ruhe bauen. Ohne... Ja, das muss ich auch noch irgendwie töten. Irgendwann irgendwie. Äh... Das bedeutet, ich baue mir eine Mähe von Bauern. Und... Überrenne es dann einfach. Ach... Das wäre auch eine Idee. Die zerbombt noch schön alles. Ach, ist das schön. Aber ich sehe hier... Doch, da ist ein Boker. Er ist... Versteckt. Er versteckt sich, der Dreckige. Das Volk hält viel von euch, mein Lord. Habe ich jetzt wieder gut. Ach... Ist noch nicht so wirklich. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Wo geht ihr hin? Sie kennen einen Weg, den ich nicht kenne. Ich spau noch mehr Käsefarm. Weil die haben ja einen weiten Weg vor sich. Jetzt mal sehen, wo die hingehen. Ach ne, sie machen einfach einen um... Sie haben keine Ahnung, wo sie dann gehen müssen. Okay. So geht's natürlich auch. Sie haben halt... Keine Ahnung, wo sie hin müssen. Kann ich ja verstehen. Ich brauche noch einen Falk... Ne, da kommt er schon. Ich habe ja schon zwei hier drin. Eigentlich müssen die das ja unter Kontrolle haben. Die feuern schön weiter. Ach ja, ist das herrlich. Es läuft doch... Es läuft alles seinen gehabten Weg, wie es sein soll. Stein nutze ich als Verkaufsware nachher, später. Und... Kühe nehme ich halt zur Waffenherstellung. Und irgendwann kurbele ich dann auch noch meine Wirtschaft an. Da sehe ich Waffen... Nein, meine Waffenwirtschaft an. Och Mann, habe ich ein Taschentuch hier? Das gibt's doch nicht. Ja, habe ich. Aber irgendwo, wo ich nicht hin will. Auf mein Bad. Ich bin gerade zu faul, um aufzustehen. Äh. Aber ich habe auch kein Taschentuch hier auf meinem Beschreibtisch liegen. Das ist doof. Ach, Mann. Kommt, jetzt... Ihr müsst doch mal hin machen mit eurem scheiß Essen. Das gibt's doch nicht. Mach mal hinne, bitte. Ich muss Mäuler stopfen. Hier kann ich nicht mehr hin bauen. Okay. Zwei sind... ...zu viele. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ich könnte ja noch... Um Ehre zu bekommen, kann ich noch das machen. Eine Musiker-Geldio kann ich noch bauen. Hier. In der Ecke. Alter! Wo... Was macht ihr? Ich brauche das Holz. Ne, eigentlich brauche ich das von da nicht. Es gibt einen kleinen Trick, den ich euch zeigen werde. Und zwar kann ich hier nichts hinbauen. Ich kann hier... Ach, egal. Zeige ich euch gleich bei der... Äh... Bei der Ritter... Beim Ritterkampf. Beim Ritterkampf. Hm, hm, hm. Jetzt brauche ich irgendwie... Waffenherstellung. Ach ja, ich habe mir die Musiker-Geldio gebaut. Äh... Das Volk hält viel von euch, mein Lord. Es gibt mir auf jeden Fall schon mal... Äh... Wieder... Zufriedenheit in meiner Stadt. Das brauche ich auch noch. Ach, ne, das brauche ich eigentlich nicht. Was brauche ich noch? Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Waffen. Und mehr Waffen. Und... Waffen. Ich kann hier auch einfach... Jede Ware als Verkaufsware... Und mir einfach die Waffen kaufen. Das geht natürlich auch. Was ich später auch machen werde. Wenn ich genug Stein habe... Und wenn ich alles genug habe... Dann werde ich das natürlich machen. Aber wieso bekomme ich da keins mehr hin? Hm, hm, hm. Was kann ich noch als Verkaufsware machen? Pech habe ich nicht. Das bringt nicht so viel. Eigentlich nur... Stein. Das muss ich dann aber in Massen haben. Alter, ich hole mir jetzt kurz ein Taschentuch. Einen Moment, ich pausiere kurz die Aufnahme. Ach, ich kann atmen. Ich glaube gar nicht, wie befreiend. Das ist... Ist das herrlich. Ich zerstöre mal kurz die Steinmine da von denen. Oh, in die Steinheit. Ah, tacke. Dann können die nämlich schon mal keinen Stein bauen. Und dann habe ich wieder einen Vorteil. Und dann ist das das so und das. Und dann bin ich ja fast fertig mit denen hier. Hat auch lang genug gedauert, verdammt. Oh, 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 oh. Es steigt zusätzliche Rationen. Hm, wie schön. Danke. Ja, finde ich auch. Das Volk liebt euch, Scheuer. Cool. Dann kann ich ja mal eine Steuer ergeben. Keine Veränderung in der Schatzkammer, Milo. Was ist das? Bogenschützen. Niedrige Steuern? Oh. Oh, das Volk liebt euch, Scheuer. Dann habe ich noch so viel. Jo, das passt, das passt, das passt, das passt. Gleich kommt noch hier ein Ritterkampf hin, hier. Ganz groß. Dann habe ich davon noch Zufriedenheit und davon. Dann bin ich eigentlich sehr gut im Rennen. Warte, ich muss irgendwie mich das hier besser verteilen können. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Ich frage erneut. Wo? Hier fehlt doch was. Was ist passiert mit der Burg? Sie ist weg. War das vielleicht der König? Ach, das kann sein, dass ich den Angriff nicht mitbekommen habe. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ach nee, hier ist ja noch einer. Was ist das für einer? Der Falke. Oh mein Gott. Gut. Jetzt habe ich... Schau mal. Das habe ich, das habe ich. Stein habe ich auch. Ähm, ja. Was kann ich jetzt noch machen? Ich habe genug... Genug Nahrung habe ich auch. Dann mache ich mal doppelte Rationen. Ich kriege Ehre. Ehre muss ich noch irgendwie... Das Volk liebt euch, Sire. Nicht schon wieder, Bucher steuern. Gut, dann kaufe ich mir... Bier in... Übermaßen. Erstmal. Weil die brauchen ja was zum... Trinken. Kaufen, 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 kaufen. Oh, wie viel habe ich jetzt? Für 45 Monate. Für 30 Monate. Für 22 Monate. Reicht völlig aus. Ich kann ja immer wieder kaufen. Ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. Das Volk liebt euch, Sire. Das heißt, ich kann... Weiter steuern. Bitte, Sire. Plus für keine gemeinen Steuern. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. 108. Okay, das... Das ist eine gute Zahl. 108 ist eine gute Zahl. Ist eine sehr gute Zahl. Ja, und jetzt kann ich abwarten und Waffen kaufen. Ja, ich kaufe jetzt einfach nur noch Waffen und mache mir dadurch Einheiten. Und dann hat sich die Sache auch erledigt. Ab nach Hause. Weil ich habe keinen Bock, mir eine eigene Waffenproduktion zu machen. Ist ja zu lästig. Das ist mir zu lästig. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Ja. Hä? Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob das Buggy ist. Hier brennt nichts. Was? Äh. Ja. Interessant. Das scheint ja irgendwie verbackt zu sein, das Spiel. Ich habe gerade keine Ahnung, was hier los ist, weil es brennt hier nirgends wo. Ach so, hier meint der. Ach so. Okay. Ja, das... Darum muss ich mich dann irgendwie irgendwann kümmern. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Darum kümmer ich mich schon, wenn ich hier alles fertig habe. Und ich fange einfach mal an, Waffen zu kaufen. Das ist ein bisschen die Frage. Okay. Okay. Nein. Das ist nicht der Frage. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020